Ja, das sind ein paar Sachen, die wir jetzt nochmals intensiver analysieren, aber wir haben uns auch eine der anderen Entscheidungen schon getroffen, die Entscheidung waren auch nicht gestern, das war auch teilweise innerhalb des Jahres. Und im Tor haben wir Dennis Andras vorzeitig verlängert, nochmals um vier Jahren bis 22 im Tor. Im Stürmbereich Brent Radicke hat sich verlängert um drei Jahren. Luke Adam, zwei Jahre. In der Abwehr Aaron Johnson wird noch eine Saison bei uns spielen und Matthew Carl hat sich verlängert um zwei Jahre. Die Abgänge. Erstmal Andrew Judrey, Jamie Tardif und Mirko Höfling. Das ist jetzt, was wir bekannt geben können, dass gibt es noch weitere Gespräche mit Spieler von der aktuellen Karte, die noch in Arbeit sind. Und ja, wir sind soweit fertig für, ich sag mal, diese Phase. Adrian? Danke, Thiel. John, Thiel hat die fünf Spieler gerade angesprochen. Wie wichtig sind diese fünf für dein Team? Danke schön. Ich glaube, es sei, dass wir, dass wir eine gute Mannschaft, wir haben eine gute Gruppe. Wir glauben auf diese Gruppe. Leider, dass wir verloren haben, in der erste Runde. Aber wir haben schon gesehen, in der ganzen Saison, dass es eine gute Mannschaft ist, dass wir mit dieser Basis weitergehen können. Ich glaube, mit diesen Entscheidungen zeigt, dass wir glauben auf diese Leute und wir glauben auf meistens von dieser Mannschaft. Wir wollen weiter mit dieser Gruppe zu gehen und es freut mich von der Coaches-Seite aus, dass diese Leute zurück in Mannheim bleiben wollen und signalisiert sind, dass sie sie erfolgreich mit dieser Organisation und dieser Mannschaft in dieser Stadt zu sein wollen. Ich glaube, es ist immer eine super Zeichnung, wenn alle Leute hier bleiben wollen. Das ist eine super Organisation und es ist eine große Ehre hier zum Arbeiten und zu spielen.